Du hast ja alles ganz genau mitverfolgt und beobachtet. Es gab Zeitungsartikel, es gab Instagram-Bilder. Was war da los? Und es gab auch eine Instagram-Story von den Klagenfurtern selbst, denn die sportlich Verantwortlichen haben das zum Anlass genommen, um dann noch einmal diesen Hashtag-Experten-Tipp als Motivationsspritze zu nehmen für die Burschen vom SK Austria Klagenfurt. Hat ja dann geholfen. Genau, die haben gewonnen. Ganz im Gegenteil, so Austria, die Austria hat dann nämlich verloren gegen Sturm Graz mit 1 zu 2. Ich habe es schön gefunden, dass die Klagenfurtern das als Motivation hergenommen haben. Und vor allem, dass sie alle die Abmörder-Sportshow schauen. Genau, und das wiederum, dass das überall zu sehen war, können wir ja als Motivation hernehmen. Ich habe das da mitgebracht, als Motivation für uns. Wunderbar, wir könnten es auch aufhängen, aber wir haben, glaube ich, keinen Klebstoff. Aber mir gefällt dieser Blick von Peter Backholt.